Jessica Pasca, 31, und Johannes Halle, 33, müssen sich wohl so langsam ein neues Zuhause suchen. Die einstige Bachelorette wanderte Anfang des Jahres nach Ibiza aus, dort hat ihr Partner sich nämlich schon vor längerem eine berufliche Existenz aufgebaut. Inzwischen fühlt die Beauty sich dort richtig wohl, gemeinsam mit Töchterchen Hildi. Sue hat das Paar sich auf der Insel ein schönes Leben aufgebaut. Bald müssen Jessie und Johannes aber umplanen, im Januar steht der Auszug aus ihrem Haus an. Des öfteren teilte Jessie ihrer Feengemeinde mit, dass sie gerne noch länger in ihrer Villa auf Ibiza leben würde, die kleine Familie hat sich dort nämlich schon richtig eingelebt. Ich liebe dieses Haus, ich entdecke das immer wieder neu. Es ist einfach Sonntag, Sonntag gemütlich, schwärmte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Doch so langsam würden die stolzen Eltern sich nach einer Alternative umschauen müssen, viel schlimmer finde ich, dass wir einfach nächstes Jahr wieder ein neues Haus brauchen. Das ist so krass. Im Januar müssen die beiden ausziehen, Grund dafür ist ein begrenztes Mietverhältnis von einem Jahr. Hätten wir gewusst, dass wir uns so gut fühlen, hätten wir wahrscheinlich für drei Jahre den Vertrag unterschrieben, erzählt die Jessie ihren Fans. Tipps für Promiflash einfach e-mailen Tipps at Promiflash.de Mieter 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 Untertitelung. BR 2018